Und etwas anderes hübsches. Wie viel Kohle haben wir gerade? 15,9. Das was ich vorhabe, könnte es knapp werden, aber... Ich fülle mal die Leiter hier hoch. Hier gibt es nicht auch Materie zu kaufen. Jetzt nicht. Ah, verdammt. Dann erst danach. Gut. Also helft mir den armen Leuten. Hallo, na? Na, was will Schönra hier? Auf dem Gipfel? Ja klar, das ist ein Condor. Ein Reaktor auch, ja. Ah ja, da liegt die große Materie. Okay. Den Condor wollen sie loswerden. Hm. Soldaten angeworben. Puh. Ja. Wir schließen uns natürlich an, weil wir die Materie haben wollen und holen müssen. Mal so, ja. Es gibt aber zwei Wege, die sich zu bewerkstelligen. Entweder... Nein, ich wollte nicht rausgucken. Obwohl... Das sieht schon aus. Da ist der Condor und... Das scheint auch ein Eid zu sein. Hm. Hm. Na ja, die machen das. Falls ihr vielleicht in diese Hütte ertrinkt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Gut. Genug Informationen. Keine Fragen. Wir sind bereit. Wie gesagt, wir hätten schon früher, als wir hier vorbeigekommen wären, die erste Schlacht mitmachen können. Für Einheiten und so. Hier Katapulte, Kämpfer, Angreifer, Verteidiger, Schützen, Steinwerfer, Dreifachkatapult. Aber wir brauchen eigentlich gar nichts. Ich würde es mit meinem Geld nicht dafür ausgeben. Deswegen warten wir einfach, bis die Viecher hier oben ankommen. Wie das Biest zum Beispiel. Und dann machen wir die selber kaputt. Da spart eine Menge Geld. Zumal die Einheiten, die wir da anwerben können, nicht wirklich viel taugen. Außer vielleicht den Dreifachkatapulten, die uns Steine rollen lassen. Na ja. Es dauert ein bisschen lange, aber die sind gleich da. Die haben wir schon über den Viertel vom Weg geschafft. Hier ist dann Mitte. Dreiviertel. Ziel. Und hier machen wir sie dann kaputt. Da hauen wir ihn auf die Glocke. Oh, das mal gezeigt zu haben, bin ich einfach hier. Ach so, ich kann hier schon gar nichts mehr aufstellen. Okay. Ja. Die Rechte können wir auch bestimmen. Kannst du auch nachträglich noch ändern. Und erstmal so. Dann rollen wir hier noch eines hin. Und dann, dass sie wenigstens ein bisschen was zu tun haben, bevor sie ankommen. Na? Nun ist das die langsamste Geschwindigkeit. Und das dauert einfach nur ewig. Siehst du ja. Hier haben wir Wilfern, Barbaren. Nicht Konan der Barbar? Nein. Nein. Es kommen einige hier hoch, also. Es sieht nur noch mehr aus, als es ist. Man kann viel Spaß haben mit Katapulten. So ein bisschen Geld haben wir ja über. Ich habe auch früher mal versucht, das nur mit Katapulten zu schaffen, aber... ...hat nicht so wirklich funktioniert. Nicht sonderlich. Schau mal, was passiert. Ob das Viech hier oben ankommt? Naja, eben. Die Steine machen halt nur neun Punkte Schaden. Ist es nicht viel. Da schaust du wahrscheinlich sogar noch zur Hütte hoch. Auf Feind gestoßen. Sag bloß, Katapult. Dafür macht ihr viel Schaden. Naja. Das Ding ist gleich kaputt. Tschö. Das war's schon. Ihr seht ja. Es ist wirklich zu empfehlen, das alles selbst zu übernehmen. Gerade um Geld zu sparen. Mich würde interessieren, hat einer von euch das schon mal gemacht. Wirklich nur mit Soldaten. Und dann den Feind auch besiegt. Würde mich mal interessieren, was das für ein teurer Spaß war. Weißt du den Feindler? Wirklich! Wirklich? Wirklich! Wirklich! Heute? Wirklich! Nicht mehr der KMD-Bebschlag. Beben 2! Bio 2! Reis 2! Ach, ach, ach. Mit etwas Pech überlebt das nicht mal. Verküftet haben wir ihn auch, das ist schön. Analysieren und nehmen wir jetzt irgendwie recht. Ich würde euch gerne wissen, wie viel er hat. An AP. Aber er wird wahrscheinlich den Feuerball jetzt nicht mehr überleben. Oh, 3,8. Okay. Er hat doch nicht so wenig. Aber er ist tot. Ihr seht, alleine machen geht schneller, spart Zeit, spart Geld. Es gibt eine Kreise gerade dafür. Wir haben es geschafft, ja. ARK? Was? Ist es der Phönix? Und es hat den Kontur zerlegt. Oh. Sieht draußen nach, ja klar. Muss aber auch rausgehen, Sid. Materia Phönix. Juhu. Und ein kleines Kondobaby. Oh. Ist das nicht schön. Der Lauf der Natur. Ich wollte nicht rausgucken. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Ja, wir sagen deinem Vater Bescheid. Machen wir, machen wir. Machen wir doch gerne. Denn wir bekommen ja noch was. Juhu. Die große Materia. Wir haben für die Kondor gekämpft. Was sonst? Das ist vollkommen in Ordnung. Für Tiere. Und wir haben, was wir wollten. Das zählt. Unter Wasserreaktor in Junon. Unter Wasserreaktor. Okay. Besuchen wir mal den kleinen. Hm. Ja, warum denn nicht? Aber jetzt können wir hier oben was kaufen. Für 15.000 hoffentlich genug. Bleibt dran. Ja, jetzt können wir kaufen. Heitring, Gefühls, Feder, Äther, Hyper. Aber so ein paar Äther könnten echt nicht schaden. Es-Mine lohnt sich nicht mehr. In die Zeit. Hier kann man sogar alle Materie kaufen. Für 20.000. Das ist teuer. Aber ich will noch eine weitere haben. Ich kann Gewitterblitz und Feuercocktail mal verscherbeln. Und die Granaten. Ja, die brauche ich auch nicht mehr. Blitzrauch, Vampierzahn ist auch unnütz. Das bringt euch viel Geld. Die billigen Nüsse können weg. Ich brauche nämlich nur die Zähnuss später. Und zwei andere, die ich noch holen muss. Soldaten, nein. Drachenkralle. Die Kurzsperr haue ich weg. Windrad. Diamantreif. Kristallreif nicht. Nee, nee, nee. Die Haarnadel. Und Fluchring, das ist der Wert? Eins. Okay. Dann geht man mal. Ach komm, ich nehme jetzt zwei. Wie man sich so vorstellen kann, Ist eine aller Materie beim Einkaufswert sehr teuer, aber auch beim Verkaufswert auf Masterstufe. Also wenn jetzt alle fünf dieser Sterne voll sind, dann ist eine Materie gemastert. Und alle Materie sind da eine ganze Menge wert. Um genau zu sein, dann ist es nur 4 Millionen Geld. Und wenn man sie so später noch mastern kann, dass wir so viel Geld zusammen scheffen, das ist unfassbar. Ah, gut, ich habe jetzt erstmal Mr. T hier drin. Ultima gebe ich ihn mal rein. Und, nee, nicht Shiva, Phoenix. Dann wollen wir doch mal Fort Condor verlassen. Ah, so. Hier unten rechts können wir uns bei den Becken noch ausruhen. Gratis. Aber das braucht man jetzt nicht. Da, 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 da. Okay. Tschüss Fort Condor. Und jetzt wollen wir nach Midill. Ja, Midill. Irgendwie so. So. Ähm, na, kommen wir hier nicht. Da. Na, wir müssen nach Fels sortieren. Da haben wir das Zelt benutzt. Hier speichern wir ab, machen kurz eine kleine Pause. Und dann geht es direkt wieder weiter zum Kleinen. In die Klinik. Ne? Bis gleich dann. In Midill. Ja, da, 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 da